Das DFB-Punktespiel für euren Verein. Wir feiern mit euch die Heim-EM 2024 und sorgen mit unseren Landesverbänden dafür, dass alle Vereine schon heute gewinnen. Mit Spielen ist ganz einfach. Wir bieten euch viele Angebote, die Spielerinnen und Spieler, Trainerinnen und Trainer, Schiris und Vereinsverantwortlichen ansprechen und besser machen. Diese Maßnahmen beleben eure Vereinskultur, um neue Mitglieder anzuziehen. Registriert euren Verein jetzt auf punktespiel.dfb.de und reicht dort bis zum 31. Juli 2024 die Maßnahmen ein, die ihr umgesetzt habt. Auch rückwirkend vom 1. Juli 2023 an. Vor und nach dem EM-Finale warten dann attraktive Vereinsprämien auf euch. Denn Fußballzeit ist die beste Zeit. Spielt mit beim DFB-Punktespiel. Spielt mit beim DFB-Punktespiel SpaßC Hebrews